Wer hat jetzt einfach gedrückt? Okay! Wir spielen eine Runde mit 6 Leuten und einem Imposter. Ich nehm das einfach so hin. Wir nehmen das so hin, dass die Airship-Folge richtig crappy wird. Ach du liebe Güte. Aber ich kann nen Burger machen. Dafür sind wir hier. Um nen Burger zu machen. Mir ist deswegen glaub ich irgendeine andere Task auf dem Weg sehe. Ich will nen Burger machen. Hallo GermaGur wieder. Hast du VW Golf Air gesehen? Boah. Ist aufstoßen. Da hab ich den Burger noch nicht mehr gegessen. So, Tomate, Salat, Tomate. Tomate, Salat, Tomate. Ja, lecker! Auch wenn ich Tomaten nicht so toll finde, aber... Hauptsache Burger. So, jetzt sind... Alter, 1000 Tasks. Ach ne, jetzt sind einfach nur all die Handtücher, die so heftig angezeigt werden. For no reason. Oh! Jetzt muss ich bloß wissen, wenn du... Scheiße! Ja, leider werde ich's nicht sehen. Mist! Ja, warum soll ich's denn sein? Ich hab doch grad literally... Shut up your mom. Ach so, ja, gut. Ja, das ergibt doch keinen Sinn. Ich bin Winner. Ich bin Winner. Jinbei-Sung. You're an Idiot. Ja, danke, dass du sagst. Maroon, play the game or leave. Oh! Jetzt wird Maroon angegriffen. Ja, da haben sich alle wieder lieb auf jeden Fall. Ich bin so dumm, ich hätte mitwenden können und den Typen verfolgen können. D1. Okay. Warum geht der so in die Ecke? So shapeshift? Nee. Oh, ich hätte einfach mitwenden müssen, aber ich hätte ja sowieso trotzdem nicht gewusst, wo die Person rauskommt. Also... Nur 4 hab ich nicht mehr gebracht, im Endeffekt. Oh, hier sind grad 2, okay. Alter, hier sind grad... Oh my fucking god! Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viele Leute gerade da sind. Oh. Ich bin alleine. Oh. Warum nicht? Hatten wir heute auch noch nicht. Und ich kann mich nicht mal shapeshiften. Ach du Scheiße. Oder Zeit. Wenn ich einmal verkackele, dann rippt. Na gut, wenn immer auf dem Himmel rumsteht... Kann ich gerne das einfach so machen dann. Mach mal Licht aus, einfach mal. Boah. Das wird jetzt auch cool. Alleine hier im Ash unterwegs sein sollte zu killen. Gucken wir doch mal, wann wir so jemanden finden. Auf dem riesigen Schiff. Ach klar, wir müssten jetzt ja eigentlich immer hier vorbeikommen und das Licht wieder einzuschalten. Ist das denn nur eine Person? Nein, natürlich nicht. Cool. Ich hab verkackt. Ich hab einfach mal so hart verkackt. Ich hab nicht drauf geachtet, ob da wirklich nur eine Person stehen. Hey Moment, warum ist es immer noch aus? Ist es immer noch aus? Okay. Okay. Ähm. Hallo, ich stehe hier bis zu unten. Äh. Oh nein. Oh nein. Es war nett zu mir. Ich hab nichts getan. Okay, die voten einfach schon. Alter, ich war das ganz hart. Hä? Okay. 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 Ich... Oh. Ist Zeug für meine autistischen Sounds, ja, aber... Ich bin ja ein bisschen sparenlos. Was ist denn da bitte passiert? Was war das denn jetzt? Dieser Berg, der steht doch mit... Also klar, der hatte nicht gesehen, dass irgendwas passiert ist, weil die Task darüber war das Licht einzuschalten. Aber der muss doch dann gesehen haben, dass ich da unten einfach rumstehe. Und der... Wir hinterfragen das nicht. Der hat ja noch nicht mal irgendwas geschrieben im Chat. Es hat nicht eine Person was im Chat geschrieben. Oh, komm mal hier rüber. Komm hier rüber, komm hier rüber, komm hier rüber. Das finde ich super, dass du hier halt rüberkommst. Oh. Oh Gott. Ich verfolge dir schon viel zu lange. Wenn jetzt noch jemand entgegenkommt, bin ich gefickt. Ja, ja, ich bin so ziemlich gefickt. Ich bin richtig hart gefickt. Wie soll ich denn das jetzt hinkriegen? Einen da zu klären, ohne dass es verdächtig rüberkommt. Die waren eben schon so scheiße, ne? Die waren ja eben schon so richtig scheiße. Oh yeah. Danke, dass du jetzt hier so im Eck stehst, wo dich niemand finden wird. Nein, 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 nein. Jetzt bin ich gefickt. Jetzt bin ich glaube ich gefickt. Wenn er die Leiche findet, bin ich gefickt. Okay, ich muss Krise machen. Krise, Krise, Krise. So wollte ich jetzt nicht unbedingt gewinnen, aber wir kriegen es ja nicht hin. Spätestens jetzt hätte ich Saboteur gewonnen. Aber, ja. Aindran. Oh. Ja, dein YouTube-Name musste zensiert werden. Das sagt ne Menge aus. Jedenfalls 15 Leute, 2 Impostor. Das ist die Ausstellung für diese Runde. Und ich bin ein stinknormaler Kugel. Aber hey, können wir mal wieder ein paar Tasks hier machen? Warum darf ich nicht mal wieder das Klo hier sauber machen? Mit dem Pumple. Das war auch immer lustig. So, Code. Rotmünze, Juwel. Ich muss euch das letzte gar nicht merken, aber das eh durchsetzen kann. Das ist mir dann mal bewusst geworden. Rotwünze, Juwel. Das letzte muss ich mir gar nicht merken. Ja, würde man sagen. Ich bin mit meinen Tasks fertig. Und jetzt? Euch auch. Lele. Ich hab' ab. Ich hab' ab. Wolltest du mich an Kiel oder was war das? Hier kommt jemand hoch. Lele, Lele, Lele. Ich hab' ab. Lele will mich haben. Lele will mich haben. Lele? Okay, Lele. Du kommst. Ne, ne, ich werde jetzt die ganze Zeit an diesem Tisch rumrennen. Das kannst du mir glauben. Ich werde jetzt die ganze Zeit an diesem Tisch rumrennen. Was? Was passiert jetzt? Lede, lass mich in Ruhe. Du musst jetzt gar nicht versuchen, mich zu framen. Was kommt denn jetzt? Jetzt bin ich mehr gespannt. It's purple. Warte, was? Okay. Lede hat's wohl raus. Und deswegen wollte Lede eigentlich dieses Ding benutzen, so rüberfahren, nur um den Emergency Button zu drücken. Okay, Lede wollte bloß gar nicht setzen mit Emergency Button und konnte es nicht, weil ich die Plattform vorher weggesnackt hab. I just finished my test and wanted somebody around me. Die Tasks sind so weit, das kann uns egal sein momentan. Das kann uns echt egal sein. Boah. Das ist echt ne lange Runde. Richtig lange Runde. Ich weiß nicht, wie viel ich davon ausschneiden werde, aber... Ja, als ob ihr alle in die Küche wollt. Was? Großes Aufgebot hier. Seid ihr beide durch? Haaaah. Oh, es wird schon gestartet mit sieben Leuten. Habe ich auch kein Problem mit. Vielleicht werde ich jetzt nochmal ein Poster, dann ist es doch gleich gleich die letzte Runde. Ich würde sagen, das reicht dann nämlich. Ja, perfekt. Besser gehts gar nicht. Letzte Runde, Leute. Shapeshifter. Und in der Küche setzt es wahrscheinlich wieder. Die letzte Runde. So, wer wollen wir sein? Lachtet mir. Wir sind Lele. Ne, Lele können wir dich nie. Wir sind Biggest 24. Biggest 24. Wo ist jemand zum killen? Ich sehe niemanden. Ich verwandle mich vielleicht zurück, das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Oh nein. Oh nein, oh nein. Das ist verkackt. Das ist sowas von verkackt. Das ist sowas von verkackt. Warum reportest du? Du bist so dämlich. Du hättest einfach gucken können, wer ich bin. Ich hätte mich da drin zurückverwandelt. Du bist so dämlich, Junge. Du bist so dämlich. Du hättest mich easy rausfinden können. Du hättest einfach nur in die Ecke gehen, bis zu wo ich stand. Ich konnte nichts mehr machen. Ich war eigentlich gefangen wie eine Ratte im Käfig. Ich konnte nichts machen. Und er reportet einfach anstatt zu gucken, was ich da tue. Ach du kacke Mann. Ey Biggest. Biggest, du bist so eine Nulpe. Du bist einfach nur eine Nulpe, ey. Ja. Ja. Biggest schreibt doch nichts. Ist ihm einfach nur peinlich, was er gerade gemacht hat. Das merkt man. Es ist ihm einfach nur noch peinlich. Kein Wunder, dass Harlan da gegangen ist. Das kann er sich nicht mehr antonnen. Kann ich auch nicht anders... Kann man nicht anders mehr? Ich weiß gar nicht. Aber es war jemand mit Kleidern. Ich weiß gar nicht. Aber es war jemand mit Kleidern. Ja. Also das ist euer sicherer Untergang. Zu skippen ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber ihr wollt ja verlieren. habe ich das Gefühl. So wieder in die Küche, das ist mein Lieblingsort hier auf dem Schiff. Und in wenigen Sekunden ist diese Session vorbei. Dann wird Among Us erstmal wieder pausieren, für eine Weile denke ich. Aber hey, wir hatten ziemlich viel Spaß mit dieser Session, oder? So. Wir nehmen nochmal Lele. Wir wollen mit Lele gewinnen. Wo ist eine Person, sobald ich irgendwen sehe, ist diese Session vorbei. Ausgenommen natürlich, ich sehe meine Imposter-Kollegen. Sobald ich irgendwen sehe oder meine Imposter bliege, ist die Nummer hier durch. Ich sag mal nämlich gleich zurück, das ist richtig scheiße. Ist ja mal richtig shitty. Alter, los hier, los. Wir werden finden. Mein Gott. Okay, vorbei. Wow. Alles klar. Dann haben wir dich dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bin. Gott. Bis zum nächsten Mal.